Was bestreiten die Sadduzeer? Antwort Die Sadduzeer bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Die Frage nach der Auferstehung der Toten Von den Sadduzeern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und fragten ihn. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite. Danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten, sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Da sagten einige Schriftgelehrte, Meister, du hast gut geantwortet. Und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Und dann, du hast es so, wenn du dich trinkst, kannst du dich nicht mehr 시간ierst, gegebenenfalls. Du hast es doch ganz klar, dass du dich nicht mehr so squeeze hast. Und dann, du hast es ja ganz klar, dass du dich nicht mehr so schnell und es sich nicht mehr so schnell und es sich nicht mehr so schnell wie ein bisschen mehr so schnell wie es ist. Vielen Dank.